Musik Hallöchen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut, solltet ihr es am Sonntag schauen, dann dürfte draußen die Sonne scheinen. Blauer Himmel ist angesagt hier in NRW. Ja, ich habe das Video hier am Samstag geschnitten, also gestern und wenn ich hier aktuell rausschaue, alles grau in grau, es regnet, Dauerregen ist angesagt, nicht wirklich schön. Ja, verletzungsbedingt kann ich euch leider keine aktuellen Videos hier aus dem Ruhrpott zeigen, aber dafür noch ein bisschen was aus Österreich vom letzten Sommer, wo ich von Saalbach nach Leogang gefahren bin. Es ging ja dann wieder von Leogang zurück nach Saalbach über den großen A-Sitz, oben hoch bis zum Gipfel, bis zum Gipfelkreuz und dann über den Wurzeltrail. Der Wurzeltrail schließt quasi hier an diesem Video an, wenn ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, oben rechts der Link und jetzt geht es runter ins Tal nach Saalbach über den Panoramatrail. Ja, die Aufnahmen, die sind etwas dunkel, aber so war es halt auch. Es war schon ziemlich spät, die Sonne ging gerade unter. Ja, halt passend zum Namen des Trails. Panoramatrail. Da, an! Ja, halt passend zum Gipfel. Spanier ein paar. Spann por, Untertitelung. BR 2018 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 Ja, vielleicht noch ein paar Daten zum Panorama-Trail. Er startet oben auf 1789 Metern Höhe. Das ist oben an der Kohl-Mais-Gipfelbahn. Und von dort aus geht es dann ca. 400 Tiefenmetern nach unten auf knapp 4,1 Kilometer Streckenlänge. Das ist ein blauer Trail, also Schwierigkeitsgrad leicht. Die Fahrtechnik wurde mit 2 von 6 Sternen bewertet. Die Kondition ebenfalls 2 von 6 Bewertungspunkten. Das Fahrerlebnis 6 von 6 und die Landschaft ebenfalls 6 von 6. Ja, unten angekommen, beziehungsweise nicht ganz unten. Es geht bis zur Panorama-Alm. Die liegt auf 1384 Metern Höhe. Ja, von da an geht es dann auf den Monty-Trail. Und der Monty-Trail, der schließt quasi an dem Panorama-Trail an. Und der führt euch dann ganz runter bis ins Tal nach Saalbach. Und der Monty-Trail an. 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 Ja, das war der Panoramatrail in Saalbach. Im nächsten, im letzten Teil meines Österreich-Specials zeige ich euch dann noch den Monty-Trail. So, ich verabschiede mich jetzt bei euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat. Auch wenn es nicht ganz so spektakulär war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. In den Storys, in meinen Storys gibt es eigentlich immer was zu sehen. Und vielleicht sehen wir uns ja in den nächsten Tagen mal draußen auf dem Trail, wenn ich wieder Fahrrad fahren kann. Und spätestens in zwei Wochen hier auf meinem YouTube-Kanal, wenn ein neues Video rauskommt. Bis dahin wünsche ich euch zwei wunderschöne neue Wochen. Fahrt viel Fahrrad. Macht's gut. Bis denn. Bye, bye. Bis dann.